Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir reden bei der Energiewende über eines der größten Innovationsprojekte für unser Land. Ich glaube, das eint uns in diesem Haus, dass wir es so sehen. Aber im Gegensatz zu einigen tun wir nicht so, als sei das ein Spaziergang. Es ist ein grundlegender, ein fundamentaler Wandel in doppeltem Sinne. Wir wollen ehrgeizige Klimaschutzziele umsetzen und gleichzeitig den Ausstieg aus der Atomkraft organisieren. Frau Verlinden, ich bin mein politisches Leben lang Gegner der Atomkraft gewesen, wie Sie wahrscheinlich auch. Ich will, dass wir das hinkriegen. Ich will, dass wir das hinkriegen miteinander. Sie sind sicherlich jünger als ich, die Gnade der späten Geburt. Ich wollte deshalb daran erinnern. Aber ich sage Ihnen, wir wollen das hinkriegen. Deshalb darf man sich nicht so tun. Ich habe Ihrer Rede genau zugehört, auch des Kollegen Krischer. Ein Begriff hat bei Ihnen keine Rolle gespielt. Kosten. Frau Verlinden, Sie haben das Wort Kosten. Wir können das ja miteinander nachlesen. In Ihrer Rede nicht einmal verwandt. Jetzt müssen wir uns ehrlich machen und darüber reden. Wir haben gestern Abend eine Situation gehabt, dass da 16 Ministerpräsidenten, eine Bundeskanzlerin saßen und ein Bundeswirtschaftsminister. Wir alle wissen miteinander, dass, wenn wir offen über die Energiewende reden, es natürlich auch um ganz handfeste regionale und strukturpolitische Interessen geht. Wenn man 24 Milliarden Euro über die Energiewende Jahr für Jahr in den Ausbau erneuerbarer Energien steckt, nochmal 24 Milliarden Euro allein über das EEG plus Netzausbau und Ähnliches. Und wir wollen das. Wir können das auch als Gesellschaft, weil wir diesen Strukturwandel wollen, Frau Verlinden. Aber dann ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass viele Ministerpräsidenten aus Gründen von regionaler Strukturpolitik argumentieren. Und ich finde das auch vollkommen berechtigt. Die wollen alle ein Stück von dem Kuchen. Die einen wollen die Industrialisierung im Sinne von Offshore an den Küsten des Nordens. Die anderen wollen meinetwegen im Landwirtschaftsbereich was ausbauen und so weiter und so fort. Aber ich sage auch, die Einzelinteressen von regionaler Strukturpolitik sind noch kein gesamtwirtschaftliches und kein gesamtenergiepolitisches Konzept. Weil auch diese Fragen regionaler Strukturpolitik eine Frage nicht stellen, nämlich was kostet das? Wir müssen auch die Frage stellen, was bringt das? Gar keine Frage. Das ist eine Riesenchance, diese Energiewende für unser gesamtes Land, wenn wir was miteinander hinkriegen. Deshalb will ich aber sagen, bin ich dankbar, dass die Ministerpräsidenten gestern der offensichtlichen Versuchung widerstanden haben, das Ganze zu einem Teppichhandel nur über regionale Strukturpolitik zu machen. Sodass man einen Korridor miteinander geöffnet hat, der die Kosten im Blick behält und der auch, Herr Kollege Krischer, im Blick behält, dass wir nicht nur über den Ausbau erneuerbar reden, sondern über Systemintegration und Systemtransformation. Und da weist die Baustkein einen Faden ab, auch wenn Sie die Zahlen vorhin beschrieben haben. Ich würde Ihnen das gerne mal vorrechnen. Wir haben, und die Zahlen stammen von einem Netzbetreiber, werden aber von der Bundesnetzagentur und dem Wirtschaftsministerium auch für plausibel gehalten, zwei Dinge an Zahlen, weil Sie das vorhin beschrieben haben. Und die Fragen der Vergangenheit und des Istzustandes können Sie nicht bestreiten. Wir haben 2010, der Minister hat es vorhin gesagt, 120 Gigawatt abgeregelten EE-Strom gehabt. 120 im Jahre 2010. Im Jahre 2015 hatten wir 4698 Gigawatt abgeregelten Strom. Und das war in Kosten zu sagen, wir haben 2015 gut 1,1 Milliarden Euro und davon sind 400 Millionen Kosten des Redispatch, 475 Millionen Kosten der Abregelung, beides zusammen Kosten von 1,1 Milliarden Euro gemacht. Und die Prognose, die Sie zitiert haben, die halten wir für plausibel, dass wenn wir jetzt nichts tun, daraus im Jahre 2023 rund 4 Milliarden Euro werden können. Ich sage Ihnen mal eins, Sie erzählen den Menschen ja die Unwahrheit, wenn Sie sagen, das liegt an der Verstopfung der Netze durch andere. Es gibt in § 14, das wissen Sie ganz genau, einen Einspeisevorrang erneuerbarer Energien an dieser Stelle. Deshalb kann das mit dem Verstopfungsargument ja nicht richtig sein an der Stelle. Das Problem ist nicht Verstopfung, das Problem ist fehlender Netzausbau. Und darüber müssen wir reden, wie wir das hinkriegen, wie wir das beschleunigen. Wir brauchen die Netze in diesem Bereich. Und wir müssen ein Stück stärker synchronisieren den Ausbau der Erneuerbaren mit den Netzen, sonst organisieren wir volkswirtschaftliche Kosten für Strom, der nicht gebraucht wird. Meine Damen und Herren, wer die Akzeptanz der Energiewende unterminieren will, der muss genauso weitermachen, wie Sie argumentieren, Kosten spielen keine Rolle und das wollen wir nicht. Und das Zweite, was ich Ihnen sagen will, ist, dass die Ministerpräsidenten, wie ich finde, sehr vernünftig argumentiert haben. Einer hat noch nicht unterschrieben, das ist der bayerische Ministerpräsident, der hatte irgendwie was anderes vorgestern Abend, ist ein bisschen früher gegangen. Er hat noch ein Interesse, nämlich im Bereich Biomasse nachzuverhandeln. Ich finde, Biomasse ist ein Sonderfall unter den Erneuerbaren, gehört auch zum Energiemix der Zukunft. Aber eines sage ich Ihnen auch, wir werden nicht zulassen dürfen, dass wir da ganz große und teure Fässer ausmachen. Wir müssen auch da auf Kosten achten. Das sage ich auch an die Kolleginnen und Kollegen von der Union. Es kann nicht sein, dass auf der einen Seite die Kosten immer ein Argument sind und wenn es um bestimmte Interessen bestimmter Gruppen in bestimmten Regionen geht, Kosten keine Rolle spielen. Das ist ganz klar. Ich ahne bei allen Augenmaß und ein bisschen Disziplin an, auch Standhaftigkeit, wenn wir jetzt ins Verfahren gehen. Dazu gehört auch, dass wir zwei Dinge nicht mehr gebrauchen können, meine Damen und Herren. Ideologische Schlachten von gestern. Es mag welche geben, die der Atomkraft hinterher trauen und deshalb versuchen, jedes Windrad mit der Hacke zu zerschlagen. Die gibt es auch noch. Es mag aber auch diejenigen geben, die denken, Energiewende ist ein Spaziergang, da muss man nur wünschen, Kosten spielen keine Rolle und nicht ignorieren, dass es eben Menschen gibt, die handfest, das seien gegönnt, daran verdienen. Das ist bei den Pachtpreisen vorhin beschrieben worden. Aber ich sage, unser Interesse ist nicht Einzelinteressen zu vertreten von Menschen, die an etwas verdienen. Unser Interesse ist Gemeinwohl zu vertreten. Und in diesem Sinne gestalten wir die Energiewende und deshalb unterstützen wir den Wirtschaftsminister auf diesem Kurs. Herzlichen Dank. Vielen Dank.